Sie töten aus Liebe. Sie töten aus Eifersucht. Sie töten aus Gier. Wahre Fälle und echte Verbrechen für das Fernsehen dokumentiert und rekonstruiert. Mit Sex manipulierte sie die Männer. Es war gelinde gesagt, keine traditionelle Ehe. Tödliche Schönheit, mörderische Affären, mein fast perfektes Verbrechen und Love Kills. Die neuen True Crime Serien. Demnächst auf S1.